Das sagt sie dir alles, aber das ist dieselbe Frau, die heimlich eine Ausbildung macht und ihre Trennung vorbereitet hat. Natürlich will so jemand nicht kontrolliert werden. Ein Bankräuber will auch nicht kontrolliert werden von der Polizei. Du entziehst dich der angestammten Funktion, die du für sie hast und bist dann nicht mehr erreichbar. Du bist emotional nicht mehr zu kitzeln und das erzeugt erst recht Shit-Tests. Also die Frau ist maßgeblich der Spiegel. Wenn die dich für einen Trottel hält, wenn du nicht aufpasst, fängst du selber an, dich für einen Trottel zu halten. Das wird Verhalten triggern in ihr. Ganz klar, das merkst du jetzt schon. Und zwar, das können Frauen nicht leiden, wenn jemand, den sie gerne im Orbit haben würden, sich plötzlich nicht mehr so verhält. 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 Pro Beiträge sind Outtakes und Mitschnitte aus Beratungsgesprächen. Was ihr nicht hört, ist die Stimme, dasjenige, mit dem ich telefoniert habe. Was ihr aber hört, ist meine Stimme. Aus einem Anonymisierungskunde. Ich denke aber, dass ihr etwas für euch, für eure eigene Situation herausziehen könnt. Und so war es auch gedacht von denjenigen, mit denen ich telefoniert habe, die mir natürlich deren Erlaubnis auch gegeben haben, dass ich euch das hier präsentieren kann. Sie haben es nämlich so verstanden, ich möchte auch mal was zurückgeben an all die Leute, die auch Teil dieser Community sind. Deswegen möchte ich euch auch bitten, in den Kommentaren respektvoll mit der Geschichte umzugehen, die hier behandelt wurde. Also du hast gesagt, ein ziemlich gutes Wort, das ist Test und so weiter. Ich denke da so ein bisschen an Rollenspiel und jetzt denke nichts Perverses. Das meine ich damit nicht. Also wenn ich mir das so vorstelle, du bist gerade in einem System. Da ist so deine Ex oder was auch immer das sein soll, Mutter deines Kindes. Die hat jetzt eine neue Bude und so weiter. Also es ist ein System, was relativ eng ist und da schwören natürlich deine Gedanken ständig drumherum. Und die Information darüber, wer du bist, bekommst du maßgeblich von dieser Frau. Also die Frau ist maßgeblich der Spiegel. Wenn die dich für einen Trottel hält, wenn du nicht aufpasst, fängst du selber an, dich für einen Trottel zu halten. Das erzeugt ja so Realität. Das ist dieses Beta-Ding, in was du so reinrutschst und so weiter. Die hatte am Anfang mit ziemlicher Sicherheit einen anderen Eindruck von dir. Sonst wäre dir niemals in der Kiste gelandet als wahrscheinlich jetzt. Also vermute ich jetzt einfach mal nur. Genau. Und in dieser Zwischenzeit, also wie ich es in alten Beiträgen auch beschreibe, ist, wenn die Frau glaubt, anhand unseres Verhaltens, dass wir uns beta-isieren für sie, irgendwann mal glauben sie es uns. Weil dann denken sie, ja okay, das hat er jetzt schon ein paar Mal gemacht. Also wenn es watschelt und quakt, ist es wahrscheinlich eine Ente. Und wenn ein Beta-Verhalten zeigt, dann ist er wahrscheinlich einer. Und dann kippt es sehr, sehr schnell. Dann werden wir irgendwie neu gelabelt. Wie wenn du eine Erkenntnis hast, wie über diesen Typen. Dann ist es nicht mehr der vertrauensvolle Gesprächspartner, sondern es wird nie wieder ein vertrauensvoller Gesprächspartner für dich sein können. Das ist unmöglich, also ich hoffe. Weil es diesen Loyalitätskonflikt mit ihm gab. Und deswegen ist er für dich anders gelabelt. Und für sie ist es auch so. Es ist relativ schwer, aus solchen Kisten herauszukommen. Aber das Wichtigste ist erstmal, dass radikal gesehen, finde ich, was sie von dir hält, ist erstmal scheißegal. Das ist erstmal scheißegal. Das ist natürlich nicht scheißegal, weil ihr habt ein Kind. Und ihr müsst in den nächsten Jahren miteinander kooperieren. Darauf kommt es an. Aber letztendlich, ob die der Meinung ist, dass eine rote Jacke dir steht oder die gelbe Mütze oder nicht, ist scheißegal. Und das muss dir ins Hirn rein. Und wenn du begreifst, dass das natürlich nur eine Metapher und eine Analogie ist, für so viele andere Dinge, dann werden die Shit-Tests zu Super-Soaker-Angriffen. Du hast gedacht, es wäre eine Artillerie, die dir das Haus zerschießt. Aber die hat eigentlich nur eine Super-Soaker in der Hand. Shit-Test wirkt nur, wenn wir sie akzeptieren, als Informationsgeber darüber, wer wir sind. Gut. Viele Notizen habe ich mir gar nicht machen müssen, weil deine Mail selbsterklärend ist in vielen Punkten und du sehr, sehr offen bist. Du bist sehr offen, du bist sehr reflektiert. Du hast dir sehr viel von meinem Scheiß offenbar reingezogen und bist dazu in der Lage, dich selbst schon abzuwatschen. Das ist ja auch schon ganz gut. Aber vielleicht gehe ich mal ganz kurz diese Punkte an und dann kommen wir darüber schon ins Gespräch über die einzelnen Aspekte. Und du haust mir dann noch deine Fragen bitte um die Ohren. Alles klar? Das freut mich sehr zu hören, natürlich. Also ich meine, in so einer Situation, da kommen wir ja dann in der Mail noch an die Stelle mit diesem Loyalitätskonflikt mit einem anderen Mann, da merken wir letztendlich dieses ganze Gelaber von Brüdern, dass es im gewissen Sinne ist es natürlich korrekt, weil wir sind Brüder als Männer im Geiste in Bezug auf die Aufgaben, die wir haben und die Herausforderungen, die wir haben. Letztendlich aber es ist ein Krieg der Spermien und da traue ich niemanden über den Weg. Also da würde ich niemanden über den Weg trauen. Also ich habe hier schon Geschichten am Hörer gehabt, da war es unter Brüdern und da war es der Vater, der eigene Vater. Also es gibt Konstellationen, die kann man sich gar nicht ausdenken. Und das bedeutet auch die Geschlechterdynamik, sich aus diesen, also jetzt nicht in Panik zu verfallen, das wäre Blackpill, sondern einfach nur anzuerkennen, dass es, was einem erzählt wird, immer nur für den Moment Bestand hat, falls überhaupt, falls überhaupt für den Moment Bestand hat. Das sind ganz nette Dinge, die wir zu hören bekommen, sowas wie, ich brauche Abstand oder nee, ich möchte eigentlich keine neue Beziehung oder das ist nur ein guter Freund. Das sind natürlich alles solche Sprüche, die wir gesagt bekommen, weil sie dem eigenen Narrativ der Frau natürlich nutzen, um irgendwas zu verschleiern. Gleichzeitig aber auch, schützt es uns ja auch vor harten Realitäten. Aber es ist viel besser, die harten Realitäten immer einfach mitzudenken. Dann wachen wir einfach nicht so doof auf und lassen uns halt nicht selbst in so ein Bullerbü hineinreden von wegen, oh, wie du es an einer Stelle geschrieben hast, ich habe mich schon in diesem kleinen Häuschen gesehen mit ihr und, ich glaube eine Tochter habt ihr, ne? Genau. Eure kleine Tochter schreibst du hier. Also ich setze mal ganz oben an, also einfach mal fürs Mikro, ihr habt euch Januar 2020 kennengelernt, krasse Beziehung gehabt mit irgendeinem Typen, der unterdrückt, überwacht und so weiter und so fort. Wobei wir ja wissen, dass die Frau sich sehr schnell überwacht fühlt. Das hast du ja selbst erlebt. Das geht dir ganz fix, dass sie diesen Eindruck bekommt, oder? Hast du dir darüber mal Gedanken gemacht? Solange sie vermutet oder geglaubt hat, dass du das Beste für sie bist, gab es auch keine Probleme. Aber als sie den Eindruck verloren hat, vielleicht auch auf früheren Erlebnissen, kann ja sein, dass sie da ein bisschen sensibler ist, was so Überwachungsvermutungen von dir angeht, dann kann das natürlich das beschleunigen. Letztendlich aber bin ich da ein bisschen gemein und sage, das kann dir alles scheißegal sein. Genauso wie ich häufig sage, mir sind Diagnosen scheißegal. Also ich will nicht wissen, welche Schublade in ihrem Kopf schief ist. Das interessiert mich alles nicht. Ich will das Verhalten sehen und ich will ein gutes Gefühl haben, wenn ich mit dieser Frau zusammen bin. Das ist das Einzige, was für mich zählt, weil unsere Vorfahren hatten nur das. Und es hat funktioniert. Und das Problem ist, wenn wir solche Diagnosen haben oder auch so Erklärungen über vergangene Dinge, dann ist es vielleicht gut und richtig für Sozialpädagogen, Psychotherapeuten oder Teilhabemanager. Das kann alles total super sein für diese Kenntnisse, weil die sich ja karitativ dann um diese Person zu kümmern haben, um eine Eingliederung, Teilhabe oder weiß was ich was zu ermöglichen, therapeutische Prozesse anzuleiten oder sonst was. Aber es ist nicht dein Job. Dein Job ist es herauszufinden, ob die Frau eine Bedrohung für dein Leben darstellt oder nicht. Oder wenn man Bedrohung als zu laut oder als zu krass empfindet als Belastung. Und es ist unser gutes Recht zu überlegen, ist diese Frau eigentlich eine Belastung für mich? So, hm, ist es wirklich so gut? Und dafür braucht man Zeit. Zeit hattet ihr nicht. Ihr habt relativ schnell ein Kind. Dann ist sie auch relativ schnell eingezogen auf der anderen Straßenseite, wenn ich das richtig begriffen habe. Und hat sich dann so eine, wieso ist sie eigentlich nicht zu dir gezogen? Das habe ich nicht so ganz begriffen. Mhm. Mhm, mhm. Naja, es ist ja schon fast, es ist ja glücklich so gelaufen. An der Stelle ist es ja eigentlich glücklich gelaufen. Es ist ja auch gut, dass sie nicht so den Pull hat. Ich halte auch nichts davon zusammenzuziehen. Üblicherweise würde man aber vermuten, dass genau das passiert, wenn man halt ein Kind bekommt und so weiter, dass man halt zusammenzieht. Ist halt auch vielleicht auch ein Hinweis auf ihre Vergangenheit oder ihre Einschätzung von übergroßer Nähe zu Männern. Dass sie das nicht so mag. Und dann hält sie dich gerne irgendwie auf Abstand. Und das ist, sei es drum, auch wenn es uns selbst erst mal gut tut. Also wenn ich jetzt zum Beispiel auf so eine Frau treffen würde. Und die würde sagen, ja, du bist super, aber lass uns bitte nicht zusammenziehen. Da würde ich sagen, boah geil, das ist genau das, was ich eh nicht will. Ja, super, es passt mega gut. Der Punkt ist aber, warum sagt die das? Das würde mich dann schon interessieren. Also das Ergebnis gefällt mir zwar, ja, aber was ist der Ursprung oder der Grund dafür, dass die diese, dass sie nicht zusammenziehen will? Weil üblicherweise ist das die Dynamik. Die Frau will den Mann sichern. Sie will ihn vor allen Dingen auch kontrollieren können und letztendlich mit ihren Beta-Isierungsversuchen bombardieren, bis er alt und faltig ist. Und dafür muss man in aller Regel zusammenleben. Ja, um ihn auch als Versorger für sich zu haben, nicht als dass er rumläuft und andere Frauen finanziert. Deswegen wäre das schon ganz schön, wenn der bei einem lebt. Und das ist dann schon verdächtig, wenn eine Frau sagt, nee, ich will das eigentlich nicht. Ich habe so einen Freiheitstrang oder was. Insbesondere, wenn da noch ein Kind mit an Bord ist. Dann ist, ja, dann ist das Ergebnis vielleicht für mich angenehm, aber der Grund ist scheiße. Der Grund ist eine rote Flagge. Der Grund ist besorgniserregend. Aber wie du richtig gesagt hast, im Endeffekt, das hat sie alles noch nicht bearbeitet. Irgendwann mal wird das Leben anklopfen, regelmäßig, und sie dazu zwingen, sich dem vielleicht mal zuzuregen, aber auch das ist alles nicht dein Job, darauf zu warten und auch nicht darauf zu hoffen. Diese Frau hat offenbar A, Probleme, mit denen du so nicht klarkommst, weil sie sie ja selbst nicht angehen mag. Und davon abgesehen, will sie gar nicht mit dir zusammen sein. Das ist die allergrößte und allerwichtigste Information, zumindest jetzt im Moment. Dass wir über sie nicht nachdenken müssen als Love Interest oder romantische Option. Also das ist gerade nicht gegeben, oder? Das ist unangenehm, aber es ist besser, mit dem Unangenehmen erst mal zu leben. Wenn was Angenehmes des Weges kommt, dann kann man sich umso mehr darüber freuen. Aber Hoffnung, wie gesagt, ist eine trügelche Emotion. So, hier ist sie weitergeschrieben. Da gibt es einen Punkt, an dem ich mir hätte schon Gedanken machen müssen. Sie sagte mir, dass sie Gefühle für mich hat, aber nicht weiß, ob sie jetzt schon eine neue Beziehung eingehen kann. Das sind so Aussagen, die, also der Satz taucht nochmal auf. Ich habe Gefühle für dich. Also eine Frau, die diese Gefühle hat, die wir darunter verstehen, wenn die sowas sagt, die muss sowas nicht sagen. Die zeigt sowas. Die tanzt um uns rum und zeigt überall Fotos von uns rum und macht Pärchenbilder auf WhatsApp und will einfach die Freude der Gemeinsamkeit mit dir feiern. Und das ist das, was wir haben wollen. Wir wollen eigentlich nichts anderes. Wir wollen das. Wir wollen eine Frau, die sagt, ich bin mit dir zusammen und das ist das Schönste und ich muss jetzt von meinen Freundinnen angeben mit dir. Also das ist so diese Energie, die wir haben wollen. Und wir wollen eigentlich keine Frau, die sagt, ja, ich habe ja schon irgendwie Gefühle für dich, will aber keine neue Beziehung. Dieser Satz in sich, er gibt keinen Sinn. Weil, also entweder hat sie diese Gefühle für uns, die wir damit meinen, dann müsste sie aber eine Beziehung eigentlich wollen. Ja, ganz logisch. Das ist das Einzige, was es bedeuten kann. Oder sie hat irgendwas, nur nicht diese Gefühle, die wir meinen. Und das Problem ist, dass wir in solche Sätze, wenn wir sie hören, wir lesen das hinein, was wir hören wollen. Nämlich, ah, die hat doch Gefühle für uns. Und dann machen wir eben das draus, da ist was, aber wie so eine kleine Pflanze. Wie so am Anfang von Löwenzahn, der Sendung. Das ist doch dieser Löwenzahn, der durch den Boden, durch den Betonboden bricht. Und wir denken dann, oh, da ist diese kleine Pflanze. Wir müssen nur lange genug warten, dann wird es ein riesiger Wald von lauter Löwenzähnen. Und so glauben wir werden Gefühle. Wir glauben, Gefühle fangen so mi, 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 klein an. Und wir müssen ganz vorsichtig umgehen, wie in so einem Laborexperiment. Und hier ein bisschen tropfen und da ein bisschen tropfen, hier die Temperatur präzise einstellen. Dann wird das schon und dann erblüht die Liebe für mich. Und das ist falsch. Vollständig. Geschlechterdynamische Anziehung zwischen Mann und Frau funktioniert so nicht. Wenn die dich will, will sie dich. Dann kriecht sie unser Stacheldraht durch, schmuggelt ihr den Gefängnisschlüssel in deine Zelle, wenn du im Knast sitzt. Also sie wird alles für dich tun. Und das sehen wir auf der weltweiten Bühne. Da gibt es Frauen, die Gefängnisinsassen heiraten. Also theoretisch alles tun würden. Bis sie den wahrscheinlich irgendwann bekommen. Ich bin mal gespannt, was mit dem Herrn Assange passiert. Jetzt zurück in Australien ist bei seiner Frau mit Söhnen, die er noch nie kennengelernt hat. Ich bin mal gespannt, wie deren Beziehung jetzt abläuft, wenn dieses ganze aufregende Konstrukt der Inhaftierung weg ist. Das wäre mal spannend. Aber gut, darüber müssen wir nicht weiterreden. Na klödlich hat sie Gefühle für dich. Genau. Ich meine, du hast ja auch Gefühle für mich und ich habe Gefühle für dich. Also ich meine, wir haben immer irgendwie Gefühle für irgendwen. Ich habe auch Gefühle gegenüber meinem Nachbarn. Ja, aber das ist nicht homoerotisch oder sonst irgendetwas, sondern ich habe halt einen Eindruck, eine Einschätzung und irgendwie ist er okay. Oder sogar mehr als okay. Aber das sind Gefühle. Wir haben Gefühle für alles. Ich habe Gefühle für mein Auto. Also dieser Satz macht keinen Sinn und insofern, das wird strategisch geäußert. Und welche Strategie verfolgt sie damit? Was glaubst du jetzt? Wenn sie solche Sätze sagt, wie ich habe Gefühle für dich. Korrekt. Im Orbit bleiben. Sehr schön. Genau. Und das ist alles, was wir dann bekommen. Also das ist so, du gehst zum Autohändler, um bei meinem Beispiel zu bleiben. Und du sagst, ich möchte einen Ferrari. Und dann sagt der Autohändler, ich habe nur etwas Ferrari für dich. Und dann stellt er dir einen Trabanten hin, der rot angemalt ist. Und du sagst, ja, aber das ist ja, das, immerhin ist es schon mal etwas. Es ist schon etwas Ferrari, weil es hat vier Räder. Und es ist rot. Und ja, aber es ist nicht das, was wir haben wollen. Und dann müssen wir gehen. Also kein Mensch würde so ein Auto kaufen und dann glauben, dass es ein Ferrari ist. Niemand würde das tun. Bei Frauen aber wollen wir, aufgrund unseres Idealismus, wir wollen, dass es das ist. Und wir wollen ihr beweisen, dass wir für sie da sind. Und dass sie dann mit diesen ganzen Schmerzen der Vergangenheit bei uns ja loslassen kann. Sie kann sich öffnen, weil bei uns ist sie ja sicher. Das ist doch keine Kontrolle, mein Schatz, sondern das sind die umsorgenden, dich umsorgenden, behütenden Arme, die ich um dich legen möchte. Du musst es nur irgendwann mal begreifen. Aber so läuft es nicht. Also wir können nur das nehmen, was wir vor uns sehen. Und wenn es ein angemalter roter Trabant ist, dann müssen wir die Plastikschüssel halt verneinen und sagen, ich gucke jetzt weiter nach dem Ferrari. Vielen Dank für das Angebot. Insofern, wenn solche Sätze kommen, muss sofort die rote Warnlampe angehen und das übersetzen. Mann, Frau, Frau, Mann. Wie so ein Langenscheidbuch. Wenn du Interesse an einem Gespräch mit mir haben solltest, findest du weitere Informationen dazu in der Kanal-Info und schreibe mir dann eine E-Mail an coachlifeadvice at gmail.com Ich freue mich auf deine Anfrage. Wir lesen uns. Bis dann. So. Wir kamen, du schreibst weiter, wir kamen im März, das war dann 2022, offiziell zusammen. Das war 21. 21. Okay, gut. Dann habe ich das falsch. Ich habe versucht, mir hier eine Chronologie aufzuschreiben. Da habe ich wahrscheinlich dann versagt. Also 21. 20 sogar. Okay. Ach Gott. Da kommt man schon mal durcheinander. So. Also, jedenfalls die Wortwahl habe ich spannend gefunden. Die Lösche bitte aus deinem Leben. Offiziell mit jemandem zusammenzukommen. Also offiziell kannst du irgendwo eine Wohnung mieten. Du kannst offiziell eine Wohnungsgeberbescheinigung bekommen. Du kannst offiziell Mitglied in einem Videoclub werden, falls es sowas überhaupt noch gibt. All das kannst du offiziell machen. Aber du kannst nicht offiziell mit einer Frau zusammenkommen. Sowas gibt es nicht. Die Beziehung existiert nur so lange, wie sie glaubt, dass es sie gibt. Da ist nichts Offizielles. Ich verstehe das. Ich verstehe, wie du es meinst, aber diesen Satz, wenn dann in Anführungsstrichen, damit du dich selbst nicht verarschst. Also wenn eine Frau sagt, ja, wir sind jetzt zusammen, dann denkst du immer, was als nächstes? Was denkst du? Habe ich oft gesagt. Wenn sie sagt, oh, Schatz, wir sind jetzt zusammen, was denkst du als nächstes? Was ist der nächste logische Gedanke, den du sofort denkst, wenn eine Frau sagt, sie wäre jetzt mit dir zusammen? Ich sage den Satz ganz oft. Ich bin nur einmal am Zug. Das denkst du. Das ist sofort das Nächste, was du denkst. Wenn sie sagt, ja, wir sind jetzt zusammen, egal wie überschwänglich sie ist. Ich bin nur einmal am Zug. Und man kann natürlich auch über den Satz nachdenken. Man könnte sagen, ich bin mal am Zug. Wir können auch das nur weglassen. Aber wir sollten nicht dieses offiziell zusammen und so, als wäre das irgendwie eine Gesetzestafel, die vom Berg Sina heruntergeschleppt wird, von ihr, wo draufsteht, wir sind zusammen. Sowas existiert natürlich nicht. So die Wortwahl hat mich nur getriggert. Mein idealistisches Denken sah uns gemeinsam irgendwo in der Pampa. Das mit dem Häuschen hatte ich angesprochen, genau. Zusammen waren schon irgendwelche Ausbildungen gemacht. Genau. Jetzt kommt diese Geschichte, wo sie über diese Ausbildung nicht mit dir spricht. Was glaubst du, warum hat sie dir nicht gesagt, dass sie, genau, warum glaubst du, hat sie es dir nicht gesagt? Was ist deine Erklärung? Aha. 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 Okay. Aber was für eine Ausbildung soll das denn gewesen sein, die du ihr schlechtreden könntest? Solche Erklärungen würde ich gar nicht mehr akzeptieren. Also, ja, wir können sie akzeptieren, weil sie 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 sagt und ja, vielleicht ist das auch die Wahrheit, aber du hast mit ihrer Vergangenheit gar nichts zu tun. Nichts. Und das ist es etwas, was wir wie ein Schild vor uns hertragen und sagen, aber mir hast du so etwas zu sagen, weil ich nicht deine Vergangenheit bin. Ich bin deine Gegenwart und ich bin deine Zukunft. Ja, aber früher, nichts früher. Ich bin jemand anderes. Wenn du das nicht begreifst, können wir die ganze Veranstaltung hier bleiben lassen, weil sonst siehst du in mir immer irgendwelche XXXXX-Prozesse. Das bin ich nicht. Ich bin jemand Neues und du sagst mir, wenn du irgendetwas machst. Selbstverständlich, wir sind zusammen. Sowas erwarte ich von dir. Wir sind ja angeblich offiziell zusammen. Und das muss ja auch irgendetwas bedeuten, weil wenn das nicht bedeutet, dass wir uns erzählen, wenn wir Ausbildung machen, dann bedeutet es gar nichts mehr, dann können wir die ganze Veranstaltung bleiben lassen. Das wird, also ich finde, das ist so ein prima Satz, dieses, ja, aber man muss doch auch Geheimnisse voreinander haben können. Das ist ein Satz, den würde ich komplett ignorieren, weil er natürlich nichts anderes ist als eine strategische Fußmine, diese, die er in den Fußraum wirft. Ja, und dann stolpern wir drüber, weil das sind halt so diese akzeptierten Allerweltsweisheiten aus dem Brigitte-Spruchkalender. Ja, ich brauche Zeit für mich selbst. Ja, klar, na klar braucht jeder Zeit für sich selbst, aber du sollst nicht den Nachbar bumsen. Oder, ich meine, das sind immer Sätze, die kommen dann für irgendetwas, was damit nichts zu tun hat und das klingt halt so schön und wir müssen das ja verstehen, weil das haben wir ja gelernt. Wir müssen als brave Männer akzeptieren, ja, die Frau darf natürlich auch Geheimnis vor uns haben. Ich so, ja, die kann zum Beispiel ein Geheimnis davor haben, welche Socken sie heute anhat. Das ist okay. Ja, das ist so ein Geheimnis, das kann ich mitleben. Oder, dass sie mal in der vierten Klasse in den Kasten verknallt war. Das muss sie mir auch nicht erzählen. Das ist ein Geheimnis, das kann die haben. Aber wenn die eine fucking Ausbildung macht, hat die mir das natürlich zu erzählen. Ich will doch wissen, ich will doch Teilhabe an ihrem Leben haben. Und das wird erst dann komisch und cringe-neudeutsch, wenn die anfangen, so etwas zu verbergen, weil eigentlich ist da nichts verbergungswürdiges dabei. Und sie bringen uns dann in so eine Situation, wo wir dann verdutzt sind und die blöde Schnalle glaubt dann, wir würden sie kontrollieren. Dabei wollen wir nur etwas wissen, was normal und üblich ist. Aber im normalen Leben unter gesunden Erwachsenen sagt man sich solche Dinge. Also noch eine rote Flagge. Das sind alles Momente, wo man einfach klar zu gehen hat. Das ist immer so leicht gesagt, ich weiß. Aber das sind gewaltige Warnsignale. Und wir fallen halt drauf rein und denken halt so, ja, Moment, okay, gut, das hat sie mir jetzt gesagt. Wir nicken das dann erstmal ab und dann gehen wir brav nach Hause, setzen uns wieder bei uns in die Bude, machen ein Bierchen auf und überlegen uns, ja, eigentlich stimmt das doch auch. Also man kann doch auch Geheimnisse voreinander haben. Und dann haben wir wieder den Deal unterschrieben. Wir machen immer wieder neue Unterschriften unter den Beta-Isierungsvertrag. Bis am Ende wir der Karl-Heinz im Keller sind. Das ist die Reise, wo es hingehen würde. Sei froh, dass diese Beziehung beendet ist. Und du jetzt anfangen kannst, diese Prozesse in dir einfach mal aufzureißen. Damit sowas nicht nochmal passiert. Aber ich kann dich ja voll und ganz verstehen, weil diese Scheiße hört jedermann. Lass dir gesagt sein, hunderte, aber hunderte Gespräche habe ich schon gehabt. Und sowas taucht regelmäßig auf. Das sind dann solche Sätze, quasi die Waffen einer Frau. Da können wir ja erstmal nichts mehr sagen, weil an sich hat sie ja recht. Also Shit-Test, es macht Sinn, dass es diesen Begriff gibt, weil es gibt Shit-Tests oder Konkurrenztests. Es gibt sie. Das ist ein Fakt. Es gibt sie. Aber im gewissen Sinne, finde ich, ist es, wenn man, wenn man dieses ernstzunehmende Mann-Konzept lebt, wofür ich ja stehe, dann ist es eigentlich egal, was es ist. Es kann ja auch ein Strauß Brokkoli sein, den sie uns entgegenwirft. Oder es ist wurscht. Es geht darum, wie fühle ich mich damit. So, also wenn ich mit einer Frau zu tun habe, wo ich permanent mich unsicher fühle, wo ich den Eindruck habe, ich verstehe sie nicht so wirklich, wo ich den Eindruck habe, sie verbirgt etwas von mir, wo ich diese negativen Eindrücke gewinne, ja, dann ist es egal, erst mal, ob es ein Shit-Test ist oder nicht. Ich bin hier mit einer Frau zusammen, mit der ich mich nicht wohlfühle, also was muss das heißen? Ich gehe. Das kann nichts anderes bedeuten. Also viel, ich habe es in einem Coaching letztens schon mal gesagt, vielleicht war es auch schon mal im Beitrag, eigentlich müssen wir wieder dümmer werden. Also als Männer fangen wir an, sehr, sehr schlau zu werden und uns über Red Pill Gedanken zu machen und plötzlich gehen die Lampen an und ach, jetzt verstehe ich das alles und dann müssen wir wieder dumm werden und mit dumm meine ich einfach und mit einfach meine ich, du Frau, ich keinen Spaß mit dir, Schluss. Das ist das Ergebnis, was Ende rauskommt und wenn wir das halt nicht durchziehen, dann akzeptieren wir den rot angemalten Trabant als Ferrari. Aber wir begreifen eigentlich gar nicht, da ist noch viel mehr für uns im Leben da draußen, aber da wir die Frau idealisieren, das glauben wir dann. Trabant wäre ein Ferrari. Na, wenn du das Gefühl hast, dass es eine gute Frau ist, dann kann das ja auch ruhig so sein. Jetzt müssen wir aber natürlich die Sensorik neu einstellen, weil vielleicht hast du geglaubt, dass das eine gute Frau ist und hattest auch das Gefühl. Aber war offensichtlich nicht so. Gar nicht so. Überhaupt nicht so. Also müssen wir uns überlegen, was ist eigentlich eine gute Frau? Also ich hatte mal als Beispiel gebracht, diese 15 Eigenschaften einer guten Frau. Habe ich mal so versucht zu benennen. Man könnte auch 16, 14 ist ja nur eine Zahl. Ich könnte mir auch noch zwei mehr oder zwei weniger ausdenken. Aber erstmal, dass man überhaupt mal eine Kategorie hat, was einem wichtig ist. Und unter diesen ganzen Regeln, auch da, wie gesagt, ich habe gesagt, wir können sehr schlau sein, wir müssen aber dumm werden, steht unterm Strich. Wenn ich am Anfang schon so eine Rotze höre, und das schreibst du ja selbst, wie hast du es denn geschrieben? Anfangs telefonierten wir viel und da gibt es einen Punkt, an dem ich mir hätte schon Gedanken machen müssen. Sie sagte mir, dass sie Gefühle für mich hat, aber nicht weiß, ob sie jetzt schon eine neue Beziehung eingehen kann. Genau. Und da hätte alles enden müssen. Sofort. Was wir mit dieser Frau machen. Also sofort. Weil wir können ja dann immer noch sehen, ob die dann wieder angetrappt kommt und sich mal ein bisschen Mühe gibt. Dann wäre das erfreulich. Und dann würden wir sehen, die arbeitet hier für irgendetwas oder an ihren Worten ist sogar ein gewisser, können wir einen gewissen Glauben schenken. Wir glauben tatsächlich, dass wir unsere Lebenszeit mit einer Frau verbringen können, wollen, dürfen, vielleicht sogar müssen aufgrund unseres Idealismus, die nur sagt, ja, ich mag dich schon, aber ich glaube, für eine Beziehung reicht es noch nicht. Und das ist nicht das Gefühl in Bezug auf eine gute Frau. Theoretisch könnte es immer noch eine gute Frau sein, aber dann wäre das halt zumindest eine, die nicht zu dir authentisch Ja sagt. Also bedingungslos ist ja so eine Sache, gibt es ja an dem Punkt nicht, aber zumindest authentisch und Ja sagt, mit Freude, mit ungehinderter Freude, nicht mit irgendeinem Bindungsrotz aus der Vergangenheit, mit dem sie uns dann quälen. Das wollen wir auch nicht. Nur das nochmal, was du gesagt hast, nochmal zu respektieren, ganz genau, wenn man eine Beziehung führt mit einer guten Frau, dann wachsen die Gefühle und das wäre auch korrekt. Es wäre korrekt, wenn unsere Gefühle sukzessive anwachsen, je mehr wir sicher sind oder den Eindruck gewinnen, dass wir es hier zwar mit einer Frau zu tun haben, die natürlich immer noch übergaben ist, aber dennoch mit Werten und mit Normen gewaschen ist, anständig ist, ja, einen Verhaltenskodex an den Tag legt, ich kann mich auf sie verlassen und sie verarscht mich nicht ständig nach Strich und Faden und dann dürfen Gefühle auch wachsen. Sie hatte nie davon erzählt, wir sind immer noch bei der Ausbildung und als ich nachfragte, warum sie nichts gesagt hat, meinte sie, weil sie halt auch ihre Geheimnisse braucht, genau, da waren wir, ich fing wieder an zu rauchen und zu kiffen, auch meine Vermutung war jetzt auch nochmal wegen der Ausbildung, das war eigentlich meine Frage, meine Vermutung ist auch, da hat sie an der Zukunft gearbeitet, wo du kein Teil von sein sollst. Also es geht nicht darum, oh, eines Tages überrasche ich ihn mit meiner abgeschlossenen Ausbildung, der wird sich total freuen, das war mein kleines Geheimnis und der wird total begeistert sein, weil das wäre ja so wie eine Geburtstagsüberraschung. Das Geheimnis haben wir, die redet mit all deinen Freunden und dann macht sie ein tolles Fest und überrascht dich, das ist auch ein Geheimnis, was sehr schön ist und was sie durchaus haben kann. Ja, aber so etwas macht sie nicht, um dich damit positiv zu überraschen, was für eine raffinierte kleine Schnecke sie ist und wie schlau und wie toll und dass sie diese tolle Ausbildung freut dich mit mir, ich bin Yoga-Trainerin oder weißt du, Henker was? Nein, das hat sie gemacht, weil sie an einer Zukunft gearbeitet hat, wo du kein Teil von sein sollst und das ist wie Monkey Branching. Monkey Branching fängt so schon an. Natürlich, wir verstehen darunter nur auf andere Typen draufhüpfen, auch emotional, sondern es bedeutet auch, die Trennung vorzubereiten und ein zukünftiges Leben. Wo geht es hin? Plötzlich hat die ein Haus oder eine Wohnung, schreibst du. Dann hat die plötzlich eine Ausbildung. Die hat angefangen, ihr Leben weiterzudenken und du warst nur ein Haustechniker, der ihre Lampe anschrauben durfte. Sprichwörtlich, hast du ja wieder machen dürfen. Du fingst wieder an zu rauchen und zu kiffen, mit dem Kiffen hast du aufgehört, aber was ich damit sagen will, ist, dass ich mich wieder in das Verhaltensmuster begeben habe, das ich schon kannte und aus dem ich, auch dank deines Contents komme, was wolle ausbrechen möchte. Ich wollte immer in der Beziehung arbeiten, Gespräche suchen, aber verhielt mich Blutpill-mäßig ohne Ende. Da sie ja nur auf der anderen Straßenseite wohnte, schreckte sie das noch mehr ein und sie fühlte sich kontrolliert. Das sagt sie dir alles. Ja, das sagt sie dir alles. Aber das ist dieselbe Frau, die heimlich eine Ausbildung macht und ihre Trennung vorbereitet hat. Natürlich will so jemand nicht kontrolliert werden. Ein Bankräuber will auch nicht kontrolliert werden von der Polizei. Aber dann sagt nicht die Polizei, oh, okay, sorry. Es tut uns wahnsinnig leid, genau, wir wollen sie nicht kontrollieren. Machen sie mal schön weiter mit der Scheiße, die sie hier anstellen. Nee, da wird die Polizei erst recht hingucken. Was sind das für Leute, die mit dem Lieferwagen vor der Bank parken und wir hören die ganze Zeit so Bauarbeitergeräusche mitten in der Nacht. Da gucken die ja erst recht hin. Aber wir lassen uns verarschen. Wir gehen zu dieser Bankräuber hin und sie sagt, ja, kontrolliere mich nicht so sehr. Und dann denken wir, ach, ich bin das Problem. Ach, ich? Ich muss ihr einfach nur mehr vertrauen. Das ist also wie unser Gehirn von Frauen effektiv rumgedreht wird. Und warum ist das möglich? Weil sie opportunistisch lieben und wir idealistisch. Da wir idealistisch lieben, kommen wir nur schwer aus dieser Scheiße raus, während sie von heute auf morgen feststellen kann, dieser Mann Beta oder Trottel oder was auch immer, nicht mein bester Deal oder egal, womit sie einen jetzt labelt. Das geht von heute auf morgen. Gestern sagt sie, ich liebe dich über alles. Morgen ist es nicht mehr so, weil es morgen nicht mehr opportun war plötzlich. Aber für uns macht es keinen Sinn. Weißt du, wir würden mit unseren guten Freunden uns zusammensetzen und reden und sagen, oh, gestern war so ein schöner Abend. Und wenn ein Freund dir das sagt, wenn ein Freund dir sagt, dass er gestern einen schönen Abend mit seiner Frau hatte und ihr gesagt hat, dass er sie liebt, würdest du doch niemals annehmen, dass er heute seine Meinung hätte ändern können, oder? Würdest du nicht sagen, ja, siehst du das heute auch noch so? Da würde er sagen, ja, hast du mir überhaupt zugehört? Ich habe dir doch gesagt, gestern, bei Frauen kann das durchaus anders sein. Die sprechen auch so nicht mit ihren Freunden. Da geht es um ganz andere Dinge. Wird erst mal beschrieben, wie dein Schwanz aussieht. Also ich würde es nie machen. Ich beschreibe meinen Freunden nicht, wie die Brüste meiner Frau aussehen. Oder wie der Sex ist. Ich will doch nicht, dass meine Freunde Bock auf meine Frau bekommen. Deswegen ist das sexuelle Thema komplett ausgeklammert. Bei Frauen nicht. Warum? Weil die Männer einfach anders auswählen. Nicht idealistisch, sondern opportun. Die geben mit uns an, im besten Fall, wie mit ihrem Job, mit ihrem Schmuck, mit ihren Assets, weiß was ich, weiß nicht, womit sie angeben. Und als Mann sind wir da nur noch eine andere Zierde für ihr Leben. Guck mal, Janett, wen ich bekommen habe. Und du hast einen Verliererfreund. Darum geht es. Und das raffen wir nicht. Und deswegen macht es für uns keinen Sinn, ihr gestern zu sagen, ich liebe dich und heute damit aufzuhören. Aber eigentlich müssen wir im gewissen Sinne das mehr lernen. Also nicht opportunistisch lernen, weil da würde versuchen, der Elefant fliegen zu lernen. Wir sind immer noch Idealisten. Aber mehr an den Fakten orientiert, eine Entscheidung zu fällen, die uns dann vielleicht sogar auch wehtut. Nämlich zu sagen, offensichtlich liebt sie mich nicht. Offensichtlich will sie mich nicht. offensichtlich, will sie irgendetwas anderes, aber ich bin kein Teil davon. Also höre ich sofort auf, meine Kalorien hier zu vergolden, meine Energie, mein Herzleid, meine Hoffnung, meine Ehre, mein Alles. Und ich werde sie nicht in diesen Brennofen werfen. Ich werde mich nicht verbrennen und zu Asche verwandeln lassen auf diesem Altar, diese Beziehung, wo ich mich irgendwie für sie zu beweisen hätte. Weil sie hat doch überhaupt gar keinen Bock mehr daran. Und dann müssen wir gehen. Sofort. Auch wenn es weh tut. Und Frauen gehen, manchmal, aber dann tut es denen nicht mehr weh. Weil es ist nicht mehr opportun. Das ist wie, wenn du dich von Aktien trennst oder von einem Auto was alt ist. Vor zwei Wochen ist es noch gut gefahren, jetzt merkst du, ah, 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 hoffentlich finde ich einen Idioten, der mir das abkauft. Außerdem habe ich jetzt Geld für Neues. So kaufen wir Autos. Ja. Und bei Frauen ist es ähnlich mit ihren Partnern. Unten schreibst du halt jetzt noch die Fragen, die ich habe, beziehen sich hauptsächlich auf den speziellen Umgang mit ihr in meiner Situation, da wir uns so oft sehen müssen und sie nicht leicht zu handeln ist. Shit-Tests sind bei ihr in der Tagesordnung. Genau. Jetzt übergebe ich dir so ein bisschen das Heft und du leitest mich an, was du von mir noch wissen möchtest. Ja. Jetzt wollen wir erstmal schauen, ob du damit überhaupt faktisch ein Problem hast. Und mit faktisch meine ich, hast du wenig Platz im Keller, brauchst du diesen Platz. Sehr wenig und du brauchst diesen. Okay, gut. Also, dann haben wir ein Problem. Wir haben wirklich ein Problem, weil es könnte ja sein, mancher würde das vielleicht tun, obwohl sie ihm scheißegal ist, der hat da unten einen halben Flughafen an Platz. Da kann er ihre Rotze in die Ecke werfen, ist egal, schimmelt vor sich rum, kümmert ihn nicht. Dann würde er das aber nur machen aus anderen Beweggründen. Ja. Aber wir wollen ja höflich, freundlich umgerührt werden. Das wollen wir lernen. Und wir wollen ernstzunehmend werden. Das müssen wir lernen, um diese Frau zu handeln. Ja. Und deswegen hast du hier ein Problem. Das haben wir festgestellt. Und dann muss dieses Problem natürlich gelöst werden. Und ich finde es vollkommen korrekt, zu sagen, das ist okay, wenn du jetzt noch keine Zeit dafür hast. Aber finde in den nächsten, in den nächsten ein, zwei Monaten, finde Zeit dafür, deine Sachen abzuholen, weil dann, ab dann brauche ich diesen Platz. So. Weil ich dann etwas anderes hinstelle. Es kann ja auch scheißegal sein, was das ist. Du brauchst einfach diesen Platz. Und wenn die bis dahin diesen Kram nicht abgeholt hat, also erstmal würde ich soft anfangen, weil das logisch ist. Wir erwarten kulturüblicherweise in unserer Gesellschaft, ja, normalerweise, wenn wir Leuten sagen, hey Kumpel, in einem Monat brauche ich den Platz im Keller. Seh zu, dass du das Zeug abholst. Dass der dann hört, aha, ich muss mich jetzt innerhalb der nächsten vier Wochen drum kümmern. Und dann macht er das auch. Sodass es nicht zum Äußersten kommt, nämlich der Situation, dass er sich in diesem Monat nicht um diese Scheiße gekümmert hat und du jetzt einfach vor einem Raum stehst, in dem kein Platz mehr ist. Und davon würde ich erstmal ausgehen. Ich würde ihr sagen, in einem Monat brauche ich den Platz. Bis dahin holt es bitte ab. So, und wir denken natürlich dann weiter. Wir denken dann nämlich, wenn sie es bis dahin nicht abgeholt hat, dann kommt Stufe 2 der Eskalationspyramide. Und Stufe 2 der Eskalationspyramide würde bedeuten, ich habe dir doch gesagt, du sollst dein Kram abholen. Ich gebe dir jetzt bis morgen Abend noch Zeit und dann stelle ich es auf die Straße. Das ist dein gutes Recht, verdammt nochmal. Du hast dir genügend Zeit gegeben. Wenn die zu faul ist oder ihre Nägel noch trocknen oder weiß der Henker was, dann kann sie einen ihrer Trottel beauftragen, diese Arbeiten und Tätigkeiten zu verrichten. Kann sie ja tun. Ja, dann schiebst du die ganze Scheiße auf die Straße und irgend so ein Ork kommt an und hebt sie auf seinen Schubkarren. Völlig Wurst. Kann sie machen, wie sie will. Aber das Zeug hat zu verschwinden. Wenn sie es bis dahin nicht abgeholt hat, kannst du rechtmäßig deiner Enttäuschung zum Ausdruck bringen. Und das ist natürlich auch gemildert. Kein Drama. Drama wird vermieden. Aber das hat sie ja dann selbst kreiert. Und dessen kannst du dir dann auch gewiss sein. Es geht auch darum, dass wir uns selbst immer vergewissern. War ich ein guter Junge? Ja. Nämlich, indem du ganz klar gesagt hattest, dann bis dahin und sie hat genügend Zeit und wenn sie es dann nicht gemacht hat, dass du dann das Zeug auf die Straße stellst und zwar jetzt hast du noch 24 Stunden Zeit, mach das. Ansonsten, du kannst dir selbst sagen, ich bin damit korrekt umgegangen. Und sie hatte wirklich genug Zeit. Und offensichtlich ist es ihr nicht wichtig genug. Aber ich brauche den Platz. Oder sie muss mir 50 Euro überwiesen für den Stellplatz. Keine Ahnung. Vielleicht finden wir eine andere Lösung. Aber du bist kein Storage. Kein Self-Storage-Unternehmen für sie. Ja, genau. Ist ja auch gut. Wie gesagt, erstmal überlegen, habe ich wirklich ein Problem? Und nicht, mache ich jetzt eins aus Drama. Wir gucken, erstmal habe ich wirklich ein Problem damit. So. Was hast du noch? Ich überlege gerade, weil ich glaube, du hast mir zwei Dinge gesagt. Das eine ist irgendwie die Ansprache, was ist, wenn sie eigentlich ja mehr Nähe will und will mehr über dein Leben wissen und du bist jetzt plötzlich so verschlossen. Aber ich glaube, am Anfang hattest du noch was anderes gesagt, oder? Okay, jetzt weiß ich es wieder. Jetzt weiß ich wieder, was du gesagt hast, worauf ich zu sprechen kommen wollte. Also, sie hat gesagt oder gefragt, hier, kannst du unsere Tochter zwei Tage mal nehmen, weil, ja, sie gibt Unterricht oder was. Am Ende ist sie wirklich Yoga-Lehrerin geworden, oder? Habe ich damit recht gehabt? Sie hat dazu gesagt, das ist das Erste, wo ich aufgemerkt habe, nimm die Tochter, aber nicht, weil ich mich mit einem anderen Kerl treffen will. Darum geht es nicht. Also, sie hat dich da noch mal vergewissert. Warum hat die dir das gesagt? Hast du sie das gefragt? Gut. Nicht gefragt. Wenn sie so etwas sagt, wenn sie über andere Männer redet, auch in der Verneinung, ne, wenn sie sowas sagt, wie zum Beispiel, du, am Wochenende nimm die Kleine, aber nicht, dass du denkst, ich andere Männer treffe, reagiere gar nicht drauf. Also, auch nicht so von wegen, ja, kannst du ja machen, mir egal, gar nicht. Weil dieses Thema existiert nicht mehr zwischen euch, weil sie keine Frau ist. Sie ist keine Frau mehr für dich. Also, natürlich ist sie eine Frau. Natürlich ist sie auch immer noch eine Frau für dich. Aber, das wäre genauso absurd, als würde, keine Ahnung, du eine Chefin haben und sie sagen, Herr, weißt du was ich, Schmidt, du hast jetzt zum Glück nicht Schmidt, also, Herr Schmidt, würden Sie mir mal bitte helfen, dieses und jenes aufzuräumen? Aber, aber nicht, dass Sie denken, es geht nicht darum, dass ich abends da hier mich mit anderen Männern treffe oder was. Du würdest da auch denken, so, das ist meine Chefin, so, warum sagt sie mir das? Und du würdest wahrscheinlich nichts dazu sagen, weil du gar nicht wüsstest, wie du das in eure Beziehung einpflücken kannst, diese Information, weil die irrelevant ist. Also, die gehört da nicht hin. Oder wie wenn du einen Handwerker nach Hause holst, der dein Scheißhaus repariert, aber dann sagt irgendwie, dass er gerne mit dir mal einen Tee trinken würde und ob du mal Lust auf einen gemeinsamen Fahrradausflug hättest, würdest du auch denken, wieso sagt der mir das? Der soll mein Scheißhaus reparieren? So, will der mich jetzt anmachen oder was? Also, du wärst verdattert. Du musst es erstmal wirklich so, hä? Das ist wirklich dieses, hä? Wie kann ich das jetzt einfügen in diese Beziehung, die wir eigentlich haben? Nämlich, ich kunde, du Handwerker oder sie Chefin, ich Angestellter. Und darum geht es auch bei diesen Sachen. Diese Informationen, ob sie andere Männer, Elefanten oder Frösche datet, das ist egal. Es spielt keine Rolle mehr. Deswegen kannst du auch mit so, äh, ja, okay, weißt du? So. Also erstmal das. Damit kommunizierst du, dass du erstens nicht nidi bist. Also, du bist sowas von nicht nidi, weil das existiert für dich nicht mehr, das Thema. Ob das immer noch emotional für dich existiert und das Teil deines Prozesses ist, damit klarzukommen mit Trennungsschmerz und Bonitis, das kann ja ruhig so sein, aber das binden wir mit Sicherheit nicht auf die Nase. Kontaktsperre bedeutet auch eine, wie gesagt, Kontaktsperre ist in so einer Situation im klassischen Sinne nicht so einfach möglich, aber dann müssen wir uns halt darauf besinnen, welche, in welcher Beziehung stehen wir gerade und das ist meiner Meinung nach bei Eltern, gemeinsamer Kinder nach einer Trennung immer nur noch eines, ihr seid beides theoretisch pädagogische Fachkräfte und gesetzliche Betreuer dieses Kindes und dann arbeitet ihr nur auf dieser professionellen Ebene zusammen und wenn sie irgendetwas über andere Typen sagt, dann kann sie das sagen und dann kannst du vielleicht auch mal kurz den Hörer weghalten und dir etwas Angenehmeres anhören, zum Beispiel, wie du einen fahren lässt, vielleicht ist es angenehmer, als dir dieses Gelaber anzuhören und dann machst du den Hörer wieder ans Ohr, wenn sie mit diesem Geschwätz fertig ist, weil es hat für dich keinen Belang. Also erstmal das, es wird nicht diskutiert, es wird nicht besprochen, es gibt keine anderen Männer, das ist eine Information, die nicht passt, sie ist nur Kollegin und es wäre extrem seltsam, wenn sie über solche Dinge mit dir redet. Das muss so ein bisschen in den Kopf rein. Das wird Verhalten triggern in ihr. Ganz klar, das merkst du jetzt schon. Und zwar, das können Frauen nicht leiden, wenn jemand, den sie gerne im Orbit haben würden, sich plötzlich nicht mehr so verhält. Das kann die gar nicht leiden. Das ist ja so, als würde, ist ja wie eine Arbeitsverweigerung für sie. Wieder das Bild, Chefin, als hätte sie einen Angestellten, der nicht mehr zur Arbeit erscheint. Ja, so geht es ja nicht. Der soll mir doch die Lampen anschrauben. Und das war so schön, als er emotional abhängig war. Dann hat er nämlich alles für mich gemacht. Wieso ist er nicht mehr emotional abhängig? Bei einer Chefin ist es so, wir sind finanziell abhängig. Deswegen traben wir zur Arbeit. Deswegen gibt es kein Problem. Wenn wir nicht mehr zur Arbeit gehen, dann ist sie irritiert. Ist er nicht mehr finanziell von mir abhängig? Hat er im Lotto gewonnen? Und das erzeugt Stress in Chefs. Dann verschicken die so Geschichten wie, kommen sie zum Gespräch, Abmahnung, Kündigung. Das ärgert die. Das wollen die auch nicht. Und genauso ist es für die Frau. Du entziehst dich der angestammten Funktion, die du für sie hast und bist dann nicht mehr erreichbar. Du bist emotional nicht mehr zu kitzeln. Und das erzeugt erst recht Shit-Tests, um wieder deine Emotionen rauszupeitschen. Theoretisch könntest du alles entgegnen, solange es höflich, freundlich ungerührt ist. Du könntest auch absurd auf sowas reagieren. Also ich meine, das werden wir nicht tun. Aber nur mal als Beispiel, was du darfst. Du darfst sehr, sehr viel. Die sagt zum Beispiel, hey, wieso redest du nicht mehr mit mir? Und ich würde gerne viel mehr über dich erfahren und so Geschichten. Du könntest theoretisch auch ihr einfachen Kuchenrezept aufsagen als Antwort. Du kannst alles Mögliche machen. Also das darfst du. Das heißt, sie ist eigentlich keine Person, die irgendetwas an dieser Stelle von dir verlangen kann. Und deswegen ist es manchmal so ein bisschen, ich kriege die Frage häufig oder ähnliche Fragen, weil die implizieren immer noch so ein bisschen, als könnte man einen Fehler machen oder, oh Gott, wie soll ich reagieren, das nicht? Hey, das ist nur dein Ex. Nur falls du in dir drin als Motivation von dieser ganzen Angelegenheit schwanger gehst mit dem Gedanken, vielleicht wird sie ja mal wieder was mit diesem illoyalen Stück, das ihre Zukunft ohne mich geplant hat, diesen angeblich guten Kumpel oder Nachbarn oder Gesprächspartner von mir gefögelt hat und all diese Dinge angestellt hat, sollte ich jemals wieder so hirnkrank sein, dass ich glaube, dass diese Person einen innigen Platz in meinem Leben haben kann. Also wie gesagt, das sollte eigentlich nicht sein. Aber manchmal ist es so und deswegen machen wir uns solche Sorgen über solche Gespräche, die eigentlich ganz einfach sind. Jetzt wieder runtergebrochen, bisschen simpler, sie kommt an und sagt, ach Mensch, das war doch so schön früher, als du dein Herz auf der Zunge getragen hast und ich dann immer genau wusste, wo ich dich kitzeln kann. Und du sagst mir was und dann höre ich dann brav zu und irgendwann werde ich sowieso gegen dich verwenden. Das finde ich natürlich auch super. Als Reaktion ist immer noch so etwas am besten, was eigentlich Frauen auch gut können. Ja, weiß ich nicht, vielleicht in der Zukunft mal. Im Moment nicht. Das machen Frauen ja auch. Die erkaufen sich ja Zeit. Also drehen wir den Spieß mal um. Die erkauft sich Zeit, indem sie sagt, ich habe Gefühle für dich, aber jetzt noch nicht, ich will noch keine Beziehung. Und theoretisch im selben Sinne kannst du auch antworten, ja, im Moment ist mir nicht danach und das stimmt ja auch. Das ist ja keine Lüge. Das ist ja die faktische, korrekte Information. Nur der Grund, weil ich dich so sehr vermisse und weil du mein Herz ist in zwei gespalten, hast all dieses ganze Emotionsgelaber lassen wir natürlich weg. Wir sagen aber nur, wir können es, gerade kann ich es nicht. Ja, will es auch so recht nicht, kann ich nicht. Oder gerade, gerade nicht. Ist noch besser, weil da steht nicht drin, ich kann es nicht oder ich will es nicht, sondern einfach nur gerade nicht. Gerade nicht möglich, aber vielleicht irgendwann mal. So. Ohne präzise Zeitangabe. Und dann haben wir ihr ein bisschen was gegeben. Wir haben ihr einen kleinen Keks gegeben. Na, vielleicht ja irgendwann mal. Es kann gut sein, dass sie damit immer noch keine Ruhe gibt und sagt, ja, aber warum? Bist du so komisch? Und dann, ich kann es noch mal wiederholen, ich kann es noch viermal wiederholen. Gerade nicht, vielleicht irgendwann mal. Aber gerade nicht. Also hör jetzt auf damit. Die Frage des Sorgerechts und so weiter. Du willst keine Ärger mit ihr? Aber deswegen kannst du bitte nicht rücksichtslos mit dir selbst umgehen. Wie gesagt, deswegen ist höflich, freundlich ungerührt ja so korrekt. Wir beleidigen sie nicht, wir greifen sie nicht an, in keinster Weise. Du sagst nur, was dein gutes Recht ist, wo deine Grenzen sind. Und du hast jetzt gerade keinen Bock, sie zur besten Freundin zu erklären. Und das kannst du auch ausdrücken. Das kannst du auch wortkarg ausdrücken. All sowas ist völlig in Ordnung. Ob ihr das gefällt oder nicht, ist jetzt da erstmal egal. Theoretisch, wenn die dich erpressen will mit dieser Nummer, wird sie es tun, egal was du sagst. Da kannst du so nett sein, du kannst dir immer ein Minzplätzchen auf einem kleinen Tellerchen mit Serviette reichen, wenn sie an die Tür kommt und noch ein Eierlikörchen dazu. Das kannst du alles machen. Wenn sie dich damit erpressen will, wird sie es tun. Aber wir können nicht halt unsere Würde aus dem Fenster scheißen. Und das sollen wir auch nicht. Da gibt es einen schönen Grundgesetz-Eintrag dazu. Und deswegen würde ich das auch nicht machen. Wie gesagt, wenn sie eine anständige Frau ist, zumindest an dieser Stelle, und den Eindruck hat, dass sie mit dir gute Absprachen vereinbaren kann, das sind ja Absprachen. Ihr werdet jetzt am laufenden Band Absprachen treffen, genau wie mit diesem Scheiß im Keller, mit der Tochter und so weiter. Du musst nur sicher gehen, dass du ernst zu nehmen bist. Das heißt, wenn du gesagt hast, ja, ich übernehme die Kinder, das ist, außer dass du krank wirst oder sonst irgendetwas, dass es dann halt auch so ist. Also eine Verlässlichkeit darfst du ihr ruhig gegenüber zeigen. Ja, aber das musst du auch natürlich einfordern. Super. Super. Und genau. Dann hoffen wir, dass sie das begreift. Das ist ein sehr interessanter Punkt. Auch da nochmal, sie ist ja jetzt deine Kollegin. Ne? Helfen wir Kollegen. Korrekt. Korrekt. Und warum wollen wir ihr nicht helfen? Also wie gesagt, das ist nicht populär. Andere Red Pill Kanäle würden mich steinigen, als man sie sowieso am laufenden Band. Aber weil die es halt nicht begreifen. Ja, die begreifen halt vieles nicht. Die labern halt viel nach. Sie ist jetzt eine Kollegin, dadurch haben sich die Rollen geändert. Sie ist nicht mehr deine Freundin oder irgendetwas. Wenn sich Rollen ändern, verändert sich natürlich auch unser Verhalten. Das ist doch nur gut und richtig so. Und wenn sie jetzt nicht mehr unsere Freundin ist, sondern nur noch in einer hoffentlich freundlichen Beziehung, die in die Zukunft weist, im Sinne von wegen gemeinsames Sorgerecht und ohne Probleme können wir hier mit der Tochter umgehen und vielleicht auch irgendwann mal in Zukunft gemeinsame Feste veranstalten. Kann ja sein. Kann ja sein. Also muss man ja heute nicht ausschließen, nur weil wir so ein bisschen grumpy sind, weil die Alte so eine Bitch ist. Irgendwann mal sind wir davon vielleicht erlöst von diesem emotionalen Ballast und dann ist sie auch irgendwie okay, die ist ein bisschen schrullig mit ihrem ganzen Resilienzkack, aber an sich ist sie auch irgendwie so ganz nett. Das geht ja auch irgendwie. Und außerdem hat die gerade selber zu knabbern mit ihrem neuen Macker. Das ist ja unsere Zukunft so ein bisschen. Also haben sich die Rollen geändert und wenn sich die Rollen geändert haben, verändert sich unser Verhalten und wenn wir dann so eine kleine Bitch spielen, die ihr auf gar keinen Fall bei irgendetwas helfen, dann sind wir die Drama-Bitch und zwar genau in diesem Moment. Du willst den Scheiß aus deinem Keller raus haben und sie kommt und sagt, okay, mache ich, kannst du mir dabei helfen? Natürlich würde ich ihr helfen. Hätte ich kein Problem damit. Ich meine, vorhin habe ich gesagt, sie kann ihren Org rufen und das Zeug abholen, weil theoretisch kann sie auch das machen. Der muss natürlich nicht in dein Haus kommen, du musst jetzt nicht Leute irgendwie, dann stellst du das Zeug auf die Straße und so weiter, die können es einladen. Aber wahrscheinlich wird sie selber auftauchen. Ich glaube, das ist das Logischste, das ist auch das, was du vermutet hast, dass sie selber kommt und dass sie dann fragt, ob du ihr helfen kannst. Selbstverständlich hilfst du ihr. Du hast dir gerade selbst vor fünf Minuten gesagt, weil Vater, weil gemeinsames Kind. Warum auch nicht? Dein Verhalten ist ja auch geändert. Du rennst dir ja nicht mehr hinterher. Du hast jetzt die Kontaktsperre, sie wird jetzt hoffentlich, also hoffentlich machst du das gut und ziehst es gut durch und bist keine Bitch, die irgendwann mal anfängt rumzujammern. Das wollen wir beide nicht. Das wäre echt doof. Genau. Die Kontaktsperre bleibt bestehen und dann wird sie merken, dass du dich geändert hast. Womöglich sogar auch für sie zum Besseren. Kann ja auch sein, dass sie auch damit irgendwann so, ja, aber mit ihm kann ich jetzt gut Absprachen treffen. Das wäre das Optimum. Das Optimum wäre, dass sie begreift, ich kann ihn zwar jetzt nicht mehr emotional für mich gewinnen, aber alles läuft mit ihm ganz gut, was so Absprachen angeht. Und das ist doch das, was wir wollen. Wir wünschen uns ja eigentlich, dass es da hingeht. Außer wir haben noch versteckt irgendwie so einen Ex-Zoll-Wunsch. Und immer langsam. Langsam ist das Zauberwort. Bevor du irgendwie eine Scheiße nachts liest, schreib es auf einen Zettel oder schreib es irgendwo in einem Notizblock auf deinem Handy. Ja, und wenn du nach 24 Stunden noch überzeugt bist, dass es eine gute Idee ist, das zu schicken, dann schick es halt verdammt nochmal. Ja, aber schick sowas nicht aus dem Impuls heraus. Der Impuls ist immer scheiße. Also an der Stelle. Der ist immer Trennungsschmerz, ist ein beschissener Ratgeber. Gut, die Zeit ist um. Ja. Dankeschön, Mann. Ja, war ein super Gespräch. Eine tolle Terminvereinbarung. Klasse E-Mail von dir. Wirklich absolut großartig. Bist ein cooler Typ. Und wenn mal wieder was ist, freue ich mich wieder mit dir zu sprechen. Wenn nicht, alles Gute und bleib gesund. Alles gut. Bist ein cooler Typ. Bist ein cooler Typ.